aber wir kommen jetzt zur kategorie unternehmenskultur eine ebenfalls sehr sehr wichtige kategorie was zeichnet das siegende haus aus das haus das wir heute auszeichnen zeichnet sich durch eine wirklich sehr starke und klare und auch bewusst gestaltete unternehmenskultur aus inspiration und mitgestaltung also eine interessante kombination auf der einen seite eben aus leistung die hier erbracht wird aber eben auch dann freiraum für die mitarbeiter sich selber einzubringen der victor in der kategorie unternehmenskultur geht an die volksbank mit weiter und Untertitelung des ZDF, 2020